Guten Morgen aus Prag, bzw. ich bin schon gar nicht mehr in Prag. Wir sind schon losgefahren heute. Ganz früh um halb zehn, sind jetzt aktuell in Theresienstadt und die Fahrgäste besuchen jetzt hier die Gedenkstätte. Ich hatte mir das ja vor vier Wochen schon mal angesehen, deswegen hatte ich gesagt, ich gucke es mir heute nicht an. Ja, ich persönlich finde das hier sehr gelungen. Ihr könnt ja mal gucken. Ich bin jetzt natürlich, ja, wie ihr seht, und da hinten sind dann die Gemauern. Ja, da haben sie jetzt gerade einen Rundgang und werden durchgeführt. Wie gesagt, das ist sehr interessant. Bilder hatte ich ja das letzte Mal schon gemacht. Die seht ihr auf meiner Facebook-Seite unter dem Album Theresienstadt. Und ja, könnt ihr euch gut angucken. Ja, und ich warte jetzt. Danach fahren wir dann weiter in den Stadtkern hier rein. Das ist aber ein Kilometer nur. Und dann geht ein Teil zum Mittagessen, der andere Teil geht zum Museum. Und danach wird dann getauscht. Ja, danach geht es dann zur Prager Burg wieder. Da lade ich sie aus. Und dann kann ich schon zum Hotel fahren. Dann habe ich schon Feierabend. Und morgen, später Nachmittag, fahren wir dann wieder nach Hause. Und ja, werde dann irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder zu Hause sein. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis denne! Bis zum nächsten Mal.